Oh. Wieso reden die so viel? Okay. Ähm... Hallo und herzlich willkommen zurück zu Genjin's Simpact. Warte mal, wo ist denn der Foto-Modus nochmal? Egal. Auf jeden Fall, äh... Vielleicht hört sich meine Stimme ein bisschen anders an, weil meine Nase hat jetzt eine Watte drin. Ne, hat er ja ein kleines Problem mit der Nase. Aber das sollte kein Problem sein. Wir spielen gerade... Amber, ne? Äh, weil Amber halt geil ist. Und wir können jetzt... Wir sind jetzt in der Mondstadt. Ich hab eigentlich keine Ahnung, was wir tun sollen. Ich bin immer noch überfordert mit der Steuerung. Das ist, glaube ich, ein Ding, dass man... Wir spielen mal mit Beatrice. Ne, mit Quinn. Äh... Ja... Das lese ich jetzt nicht alles vor... Hm... Mö... 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 Die ganze Taschenzaurohade und alter Jagdbogen... Äh... Ähh... Ist der geiler als mein aktueller Wogen? Kann ich das irgendwie nur nachgucken? Oh Gott, dieses Game, Leute. Äh, hier ein Guitar. Ein Flexbogen. Ich würde mich gerne erkundigen. Läuft die Schmiede gut. Okay, das ist ein bisschen schwierig. Oh, muss ich eigentlich nicht sagen, ist die Frage. Okay. Aber es gibt keine Einfluss auf dem Weg, aber es gibt keine Einfluss auf dem Weg, aber es gibt keine Einfluss auf dem Weg. Okay. Wo zum Fick muss ich eigentlich hin? Oh, okay. Das game ist shit. Oh, oh, oh. Geh! Geh! Das war's für mich. Das ist gefährlich, funktioniert nur im Spiel, auf keinen Fall nachmachen. Okay. Oh. Okay, das ist cool. Wow. Absolut nicht hilfreich. Oh. 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 Alter, das sind schon neulis. Äh. Äh. Ah gut dass wir den Windlörter haben Ich habe mich mit dem Windlörter helfen. Ich habe mich mit dem Windlörter im Windlörter. Ich habe mich mit dem Windlörter geführt. Ich bin der Windlörter. Das ist das Gerät? Wer ist das? Gutes Gameplay an der Stelle. Ist einfach wie den Enderdorf nicht abschießen. Irgendwie schneller. Oh. Das ist echt cool. Moment, da hat er irgendwas auf Sam Nutten. Ich glaube, das war nicht normal. Oder? Oder? Ja? Das ist super cool. Was ist denn da? Ja, ich weiß, dass ich die Flügel nicht so auswählen. Was ist das für die Flügel? Oder ist das für mich? Oder ist das für mich? Was ist das für ein Flügel? Der Flügel ist der Flügel! Gaiya! Oh nein, Amber. Ich habe nicht gesehen. Es gibt keinen Mann, aber... Oh, das war so! Hier ist Gaiya-Semperin. Sie sind unsere Geist-Kirche. Dieser Mann ist... Ehm... Ich weiß nicht, dass du hierher gekommen bist. Ich weiß nicht, dass du hierher bist. Ich weiß nicht, dass du hierher bist. Entschuldigung. Willkommen in der Welt. Komm schon mal. Aber ich glaube, dass du hierher bist. Ich weiß nicht, dass du hierher bist. Ich weiß, dass du dich mit dem, du da bist. Ich weiß nicht, dass du hierher bist. Und ich weiß nicht, warum du dich am Windeln hast. Aber ich weiß nicht, ob du da bist. Es gibt keine Ahnung, dass du sie zum Beispiel. Du hast da und du das? Ah, ich weiß nicht, dass du dich hörst. Ich kann nichts anderes auswählen. Ich kann grad gar nichts auswählen. Hä? Ich kann nichts anderes auswählen. Ich kann grad gar nichts auswählen. WTF? Hä? Ah, jetzt ist er. Figuren-Zierde, Figuren-Zierde ist nur verwirkbar, sammle, bla bla bla. Alter, Mann. So, sorry, Facecam kann ich jetzt doch nicht zeigen. Man sieht einfach meine blutende Nase. So, ganz gut. Ah ja. Das ist ein Feier von der船ie vom Atem. Oh, das ist so schön. Komm schon in! Ah, ja. Ich bin hier nicht so, dass du dich hierherst. Du hast auch schon mal gewonnen. Du bist so, dann schnell. Du musst dich nicht mehr aufschauen. Ich bin auch hierherst. Ich bin auch hierherst. Du bist der Hauptmannschaft, du bist hierherst. Du bist so, wie du bist. Gehen und Lisa Das war's für heute. Ah, ha. Ich habe mir die Anruhe von uns geholfen, und ich habe eine Frage. Ich habe mir die Anruhe von uns geholfen, und ich habe eine Anruhe von uns geholfen. Ich bin mit uns geholfen. Aber ich bin mit den Anruhen von einem Liedsprecher, der Seppelos-Kiss-Kass. Und das ist eine Anruhe von uns geholfen. Ah, ja. Wut? Wut? singt schlagfestes argument von den heldentaten der drachen mit zwingen himmelsschwert die klingel ich höre der dämmerung noel sieht cool aus der helden der drachen mit zwingen die führer und wird jetzt freigeschaltet geo göttliches auge geostempel der parma cordis eine flessliche markt des ordner verwundung ist ja das heißt gerne richtig okay die sieht wirklich cool aus sieht einfach aus wie bettig wie ein diana witzig aber das ist die passive fähigkeit löst den halteffekt von busmann seiner wahrscheinlich von 100 prozent aus wenn sowohl großreinigung als auch brustmann aktiv sind verringert neues ausdauer verbraucht für heftige schläge um 20 prozent die stufe des brustmann das also geht sehr oft sie ist quasi ein tank die hätte ich gern bin ich ehrlich so werk was kann der typ der ist wasser man schon sieht ein junger mann der häufig in der nähe von büchen ständen gesehen werden kann in der hand trägt der langschwelle in seiner brust ein herz für die schwachen nachgeschmack würde höchstmenge an regenschwerter um eins die daten hydro fabule textil Ja, dann haben wir hier natürlich noch einen Haufen Waffen. Sehr, sehr stark. Tanz der Laternen. Ach so, man konnte Gebete hergeben. Ups. Mona, Kekwin, Himmelsgrad und Kiki. Hätte ich haben können. Ich hätte aber auch diese geilen Sachen haben können. Ich hätte das haben können. Aber ich habe mich für Noelle entschieden. Das ist vollkommen fein. 800 Uhr-Gestein habe ich nicht meine. Okay. Oh! Ähm. Jetzt haben wir tatsächlich Noelle im Kit. Ist ja mega stark. Der Händler. Empfohlene Waren. Bei jedem Kauf eines Mondsägens hältst du sofort 300 Schöpfungsgesundes wie 30 Tage gültig mit dem Mondsägen. Äh. Jetzt bräuchte ich Frog, ne? Der ist halt... Das kann man für Echtgeld kaufen, wa? Lol. Daher. Okay, krass. Geschenkehändler. Rares für Staub und Glanz. Kannst Halle aufladen. Ah, ja. Also der Händler ist... Ist Pay2Win quasi. So herumgeschaffen. Haben wir eigentlich quasi noch gar nichts geschafft. Ah, ja. Burgestein. Okay. Figuren. Ah. Ich würde den gerne nach Hause schicken. Ah, okay. Waffe. Ja. Ich würde dir das Ding geben. Verstärken. Ah. Ah. Um. Habe ich gerade... Was habe ich gemacht? Habe ich gerade die Waffe verstärkt? Diese Stufe 11, wa? Scheiße, Digga. Ich kenne mich halt überhaupt nicht aus. Okay, aber eigentlich nicht. Wow. Weltstufe. Digga, ich bin komplett lost gerade, na? Mit Especiallyn. Wie kann ich etwas in seinem Erster getrunken? Nein. Entscht. Gut. 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 Ah, das... Okay, verstehe... Das kannst du eigentlich... Du bist schnell, okay, das find ich cool... Okay... Hm... Umfrage zu den Spielgruppen für die Spielgruppen Genshin-impeg An Umfrage teilnehmen Loll Zeit für Prime Ons Umfragen Hey, ist ja witzig... Okay... Um... Um... Fünf Anwurmen... Um... 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 Witzig ist, dass hier kein Cyberpunk steht. Wann hast du das erste Mal von Genshin Impact erreicht? Welche Aussage beschreibt, den wissen wir über Miho, Jo am besten will er oder? Welche Aussage beschreibt, den wissen wir über Miho, Jo am besten will er oder? Äh, Empfehlung von Freunden, Außenwerbung? Achso, ich kann nur eine Antwort wählen. Ich würde sagen, Spiele-Community trifft es am östen. Oh, wait. Da stand gerade YouTube und Twitch. Wow, kann ich zurückgehen? Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay. Aber hier hätte ich zurückgehen können, ne? Scheiße. So, wir machen das nochmal. 1997. Männlich. PC. 12 Stunden am Tag. Ja, sehr gerne. So, jetzt pass auf. Open World, MMORPG und Action-Rollenspiele. Das sind so die Spiele, die ich am meisten spiele. Und andere wie... Pokemon. Strategie-Spiele spiele ich kaum. Anime-Spiele eigentlich auch nicht, weil ich auch kritisch spiele. Bell Royale bin ich auch nicht so. Puzzle Casual spiele auf keinen. Kampfspiele MOBA. Ja, MOBA, MMORPG, Open World und Action. Davon habe ich irgendwie noch keins gespielt. Monster Hunter World habe ich gespielt. Und Nier Automata. Monster Hunter World am meisten. Ja. Also, hier auf Video-Spiele, Tötsch und so weiter. Was hat sich dazu wirklich entschieden, wenn man sich bewerbt ist. Ich mag den Anime-Stil des Spiels. Die Figuren im Spiel sehen toll aus. Ja. Welche der folgenden Dinge sind dir beim Spielen besonders wichtig? Weil du bis zu 3-Hand-Bonus... Alter, Dicke, was? Das ist ja so. Also, am wichtigsten sind mir vor allem... Kreativität. Strategie. Verstärkung. Geschichte will ich auch eigentlich. Deswegen würde ich Strategie rausnehmen für Handlungen. Hintergründe hätte ich aber auch gerne. Deswegen... nehme ich Kreativität raus. Und nehme das. Wobei Verstärkung nicht so wichtig ist. Ich gehe auf Kreativität, Handlungen und Hintergründe. Das sind so... Roleplay Gamer. Was bringt dich dazu, um ein bestimmtes Spiel immer weiter zu schwimmen? Äh... Wie viel Geld hast du denn jetzt noch für Spiele im Mobile-PC ausgebelehrt? Alter. In US-Dollar. Für ein Videospiel im letzten halben Jahr. Joa, also für PC. Cyberpunk. League of Legends. Hollow Knight. Genshin Impact. For the King. Among Us. Slay the Spire. Monster in the World. Oriented Blind Foes. Shady Part of Me. Michael für ein Kumpel. Da noch mal ein paar Mal am Morgen. Für andere Kumpels. Pokemon Spiele. Also ich würde schon sagen, dass es 100 bis 500 US-Dollar sein können. Also ich gebe da schon Money aus, du. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ja, und jetzt? Dann komme ich wieder zurück, ne? Okay, Belohnung für die Ausfüllen der Umfrage. Nice. So. Aber ich würde jetzt gerne diesen Dude hier... Ich würde jetzt erstmal sie hochstuben wollen. So, Stufe 4. Und der Typ... Oh, das ist Zierde. Was ist Zierde eigentlich? Oh, Anfänger schwingen. Du wie der Kameradschaft. Zierde. Ah, Favorites. Okay. Ah, Favorites. Oh, das war glaube ich... Truppe. Das wollte ich eigentlich... Jetzt bin ich rausgetappt, weil ich irgendwas geöffnet habe. Schließen. So, also. Truppe. Das ist es. Jetzt. Truppeninformation. Schnellauswahl. Entfernen, 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 entfernen. So, wir haben dich. Dich, dich. So. Wieso ist Sync Q immer noch dabei? Was ist das denn? Gut, egal. Weg. Weg mit dem Schmuck. Was ist das eigentlich? Ziele verfolgen. Okay. Aber man muss die Leute im Trempel treffen. Was? Was habe ich jetzt? Oh. Figurenbeschreibung. Wenn Kikin ihre Elementarwieder würde sie an Jonakal. Okay. Elektroschaden. Zum Probieren. Barbara. Musik! Start! Oh mein Gott. Okay. Kikin sieht es cool aus. Herausforderung starten. Ja, let's go. Siegefunktion Gegner. Das würde wohl einfach sein, oder? Was ist das? Hä? Da krieg ich den Weg halt nicht. Oh, Ultimate. Ultimate. Ja, Moin. Ach, sie markiert mit RB. Und dann kann sie den angreifen. Schau! 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 Okay. Schau! 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 Der Kikin. Der Kikin ist quasi eine Sonderfähigkeit. Dann nochmal den hier und dann kannst du nochmal rum. Okay, verstanden. Herausforderung fortsetzen. Gönn. Oh, die sind Wasser immun. Ist ja unfair. Oh mein Gott. Heilig die? Ich heile die. Aha. Interessant, gut zu wissen. Deswegen macht doch noch mehr Schaden gegen sie, ne? Ring, Alter, ist das mal mega witzig. Okay, ich muss hier die Spiele raus, um noch ein bisschen über die Steuerung zu lernen. Oh, ich habe keine Schaden. Geh, weg! Ah, ich sehe sie damit auch noch oben. Ah, ich sehe sie damit auch noch oben. Das ist ein bisschen. Okay, aber ich kann während der Ultimate tatsächlich gedamaged werden. Oh mein Gott. Was? Was? Ah, ich kann ja sprinten. Ich bin so lost. Mit diesem Game. Alter, das ist ja übel, die geile Fiechke von ihr. Okay, okay, verstanden. Starke... Starker Charakter. Also, schön flüssiger Blitz-Charakter. Gefällt mir, gefällt mir. Bin ich voll into. So, jetzt würde ich gerne Noelle ausprobieren. Warum kann ich hier nicht weiterlaufen? What the fuck? Ah, da geht's lang. Okay, Noelle, was kannst du schönes? Du hast ja dieses Schild. Und ich glaube, mit dem Schild heilt sie sich auch, ne? I'm not sure about that. Das ist alles Lung-Weid-Due, ne? Ich muss halt echt noch herausfinden, wie das Spiel geht. So, bestärken wir nun deine Waffen. Mach ich doch. Waffen. Hab ich schon bestärkt. Hä? Hab ich aus Versehen schon getan? Ziemlich dumm, glaub ich. So, da müssen wir hin. Da gehen wir hin. Ich muss keine Schnellreise oder so. Okay, hier liegt irgendwas. Das nehmen wir gleich mit. Oh, sie hat ja... Okay. Sehr interessant, der Blick. Also, hier ist er. Bei der K Finn ist wegg. Wegner. Das Problem zu stellen ist, wir machen nur die Läge. Was? Da ist es da. Nein, nein, alles gut, alles gut. So schnell sind die Charaktere aber nicht gerade, ne? Bisschen laggy gerade, laggy. Also meine Ausdauer ist halt sehr schnell am ehesten. Hallo, ich würde gerne abspringen. Ich würde gerne abspringen. Anemo. Tempel des Fallen. Weg mit ihm, Junge. Konfigurationsspeichern. Ah, jetzt hat... Okay, jetzt hat's... Elementare Einklang. Nichts. Vier unterschiedliche Elemente. Ja, vielleicht müssen wir ihn doch mitnehmen, ne? Will das. Aber wenigstens haben wir jetzt verbobene Welt in WDS gegen Elementum Funktion und den physischen WDS um Funktionen. Ja, immerhin, ne? Scheiße drauf, Alter. Ui. Warte. Hallo? Warte mal rein. Was wollen wir mal rein? Was wollen wir jetzt starten? Morha? Wertvolles Metall. Okay, also ist das jetzt eine Art Dungeon, den wir jetzt hier haben. Der Steuereiner, kannst du das Tor öffnen? Oh ja, mein Gott. Ich sehe das. Das ist der Hauptstadt! Der Steuerein. Das war's für heute. Wenn ihr den Elementarblick an, um die Elementare beschaffenen Dinge dann irgendwie im Unschildenform zu sehen. What? Grünschild für Dendroeffekte, anfällig für Pro-Effekte. Ah. Monster mit Holschilden gehören zu Dendro, kann er mit dem Pro-Effekten Grundschild darstellen lassen. Oh ja. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Gott, die Steuerung. Yo, scheiß doch, der Hund drauf, Digga. Ich mach jetzt einfach den hier. So, let's go, man. Well, komplett broken, Leute. So, let's go. Wow, die Ulf war ja richtig wasted, Digga. Irgendwie finde ich das Kampfsystem nicht wirklich ansprechend, vor allem als Bogenschützer nicht. So, stirb, oh fagott, Alter. Hey, du? She stole mich. Oh. Okay, okay, okay. Okay, cool, Steal. Okay. Okay, cool. Okay. Ja, das war jetzt quasi ein Tutorial, oder wie? Gut. Okay. 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 Wir haben alle wenig Ausdauer. Schade, ich dachte man könnte Ausdauer switchen. Zumindest ein guter Trick. Okay. So. Zulf. So, was kann ihr Ultimate? Jo, ein mächtiger Schwinger, Alter. Okay. Aber nichts ultra besonderes. Wobei, meine Waffe leuchtet gerade so krass. Äh? Ah, die nächsten Angriffen machen erhöhten Damage wahrscheinlich, ne? Ja, sick. Okay, das ist actually sicker, Alter. Was ist das denn für ein Gegner? Moin! Hey! Okay. 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 Alright. Okay. 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 Wenn man die Wahrnehmung ist, dann wird man mit dem Geheimnis geschehen. Das ist ein Geheimnis. 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 Das ist ein Geheimnis, nicht wahr? Oh, das ist ein Checkpoint. Todell, wir geben es gut. Das war's für heute. Ah, ich kriege mal so einen richtig geilen Bossfight. Jetzt sieht man meine Maus, oder? Ne, meine Maus sieht die nicht zum Glück, okay. Ja, ist echt ein geiler Bossfight. Du kommst und aktiviert, Alter. Nice. Das war's für heute. Ach, Digga, wieso muss ich denn jetzt spielen? Das ist eine große Herausforderung. haha, du hast dich in der Welt geschehen. Ich bin in der Kishidane-Honbu, also... ...sooo da. Du hast doch eine Schuhkarte, oder? Du hast doch geschafft, dass du einen Schuhkarte aus dem Fumar-Ryu gebastet hast! Jetzt ist es mein Zeitpunkt. Wenn du noch mehr Geld hast, dann kannst du dir zurück. Dann, komm! Das war's für heute. Der ist cool. Mein USB Zeug ist alles nicht angeschlossen. Kaja. Ja, also ich finde den unsympathisch. Aber ja. Reiseschwert. Ja, wir haben ja ganz viele Waffen bekommen. Hä? Ah ja. So. Ja, dann äh... Waffen? Ja. Ganz viele neue coole Sachen. Ja. 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 Genau. Musik. Ah. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.